Im nächsten Beitrag geht es um Tanken und Shoppen. Wir sind hier bei der Neueröffnung der Turmöl-Tankstelle in Alhamming in Oberösterreich und jetzt gleich werden wir den neuen Sparexpress mal testen. Herr Dr. Ziad, Turmöl und Sparexpress wieder mal gemeinsam, diesmal mitten in Oberösterreich, nähe der Abfahrt Alhamming hier auf der A1 Autobahn. Wie läuft die Kooperation mit Sparexpress? Die Kooperation Turmöl und Sparexpress ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte, die wir die letzten sieben Jahre geschrieben haben und wir freuen uns, dass wir heuer den 50. Standard öffnen können, wird Ende 2018, wenn es 52 sein. Was ist so besonders an Sparexpress, besonders was die Preise betrifft? Ja, der Sparexpress ist der kleine Supermarkt. Er hat eine große Auswahl und eben die Supermarktpreisgarantie. Das heißt, bei allen Eigenmarken, Obst und Gemüse, Blumen, Brot und Backwaren, zahlen sie den gleichen Preis wie im Supermarkt. Wie teilen sich die Umsätze in so einem Shop an einer Tankstelle auf? Was ist tanken und was betrifft das Auto und was betrifft die Einkaufsaktivitäten in so einem Shop? Wie jeder Kaufmann weiß, sind Umsatz und Erlöser ja zwei Paar Schuhe. Umsatzmäßig ist natürlich das Tankgeschäft noch wesentlich stärker wie das Geschäft im Sparexpress. Von der Erlösseite schaut die Sache jedoch völlig umgekehrt aus. Welches Lebensmittelangebot geht am besten? Ja, an den Tankstellen-Shops geht traditionell die Getränkeabteilung sehr stark, aber auch Brot und Gepäck. Aber wie gesagt, es ist ein kleiner Supermarkt. Wenn Sie so wie heute an einem heißen Sommertag sagen, ich möchte am Abend grillen und Sie kommen daher, werden Sie erstaunt sein, was Sie alles bekommen. Und geht das rund um die Uhr? Hier an diesem Standort Montag bis Sonntag von 6 bis 22 Uhr, also fast rund um die Uhr. Wie viele Partnerschaften haben Sie mit Turmüll? Das ist der 49. Standort mit der Firma Doppler und es werden heuer noch drei dazukommen. Herr Dr. Zierot, heute eröffnet, waren Sie mit dem Besuch und dem Ablauf zufrieden? Ja, tolle Stimmung, gute Geschäfte in dem Zusammenhang, schöner Shop, mehr kann man sich nicht wünschen. Und Isabel, Sie waren einkaufen, Sie waren tanken, das Auto wurde auch gewaschen. Wie zufrieden sind Sie? Sehr zufrieden. Vor allem vor dem neuen Sparexpress bin ich sehr überrascht, was für große Produktpalette ich hier vorgefunden habe. Und das Ganze nur zu echt sensationellen Preisen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.